Okay, gehen wir zur nächsten Aufgabe. Also vielleicht das Volumen der Pyramiden zu schätzen, bei dem Bild, das da abgebildet war, das war eine grobe Aufgabe. Wenn ihr sagt, okay, ungefähr die Längen, die sind doppelt so lang, die Unterseiten oder so, dann haben wir halt das achtfache Volumen. Wenn ihr sagt, die unteren Seiten sind ungefähr drei so lang über den Daumen gepeilt, dann habt ihr halt das 27-fache Volumen, drei hoch drei. Naja, okay, da könnt ihr halt, da gibt es keine richtige Lösung, das war eine Schätzaufgabe und das so ein bisschen reinkommt. Viel spannender ist ja die zweite Aufgabe. Für den Bau einer großen Pyramide braucht man ziemlich lange. Nehmen wir an, eine der großen Pyramiden sei schon zu einem Drittel der Höhe fertiggestellt, wobei man 14 Jahre gebraucht hat, wie lange braucht man noch für den Rest der Pyramide? Also, Situation ist die folgende. Also, Situation ist die folgende, eine der großen Pyramiden sei schon zu einem Drittel der Höhe. So, ich habe mal eine Luftpyramide hier gezeichnet, okay. Und die Pyramide, die jetzt, die wird eine Pyramide gebaut, ne, und die ist bis zu einem Drittel der Höhe fertig gebaut. Also, ungefähr, ja. So, die Pyramide ist ungefähr zu einem Drittel fertig gebaut. Und dafür hat man 14 Jahre benötigt. Die Frage ist jetzt, wie lange braucht man, um die Pyramide noch fertigzustellen? Wie viele Jahre? Also, gehen wir mal davon aus, die Pyramide ist innen drin solide. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie so nur die Randsteine aufsetzt und hofft, dass es nicht einstürzt. Sondern, das ist alles solide gefüllt mit Steinen. Also, wirklich Schicht für Schicht, komplett mit Steinen. Da gibt es vielleicht so kleine Gänge, wo man dann später die Pharaonen begräbt und so weiter. Aber die sind nebensächlich. Ja, also wir haben halt wirklich eine komplette Pyramide, die gefüllt ist mit Steinen. Und ich habe, glaube ich, gerade die Geste verwendet, die das Verfolgen ausmacht, oder? Das kann ich aber auch strategisch einsetzen, wenn ich will, dass die Tafel bockt. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Also, solide gefüllt von unten her und 14 Jahre gebraucht. Braucht ein bisschen länger, um so eine Pyramide zu bauen, ist klar. Wie lange brauchen wir jetzt, um den Rest zu bauen? Wie seid ihr da rangegangen? Was sind die ersten Ideen, die ihr so hattet, um an die Aufgabe ranzugehen? Was habt ihr euch als erstes überlegt? Ah, blöde Aufgabe. Die war voll schwer. Da will ich jetzt gar nichts sagen. Ja. Ich habe gedacht, dass wir den unteren Teil den Namen haben. Und weil wir alle sind ja, sind wir eigentlich nicht so jungen. Und wenn ihr kurzen, ist einverstanden, ist so ähnlich wie ihr Arm. Und dann habe ich gesagt, dass wir können ja das große anziehen, ist ein bisschen besser. Und dann den kleiner auch. Und dann hat sich die Teilen den großen abziehen. Okay, das heißt, du hast gesagt, du hast wie bei der Sektglasaufgabe so ähnlich geschaut. Kleine und große Pyramiden. Wir brauchen als allererstes mal, damit wir überhaupt diese Ähnlichkeitsüberlegung ansetzen können, zwei ähnliche Körper. Was sind denn hier die ähnlichen Körper? Ja, genau. Also die kleine, diese Luftpyramide da oben. Die ist ähnlich zur gesamten Pyramide. Das ist ja nicht wie bei dem Sektglas. Stellt euch vor, ihr dreht die Pyramide rum, dann habt ihr ja praktisch die Sektglas-Situation. Das heißt, wie hoch ist denn im Verhältnis zur Gesamthöhe die Höhe der kleinen Pyramide? Zwei Drittel, genau. Zwei Drittel der Höhe. Eine Falle, in die man tappen kann, bei dieser Aufgabe, ist, dass man denkt, ah ja klar, die ist zu einem Drittel fertiggestellt, also der Streckfaktor K ist ein Drittel. Warum gilt das nicht? Ja? Ja? Genau, das hier unten, der ja schon fertig gebauteteil ist, nicht ähnlich zur großen Pyramide. Der hat ja keine Spitze. Also, der müsste ja mal eine Spitze haben zumindest, und dann müsste er noch in alle Richtungen gleich gestreckt sein. Das, was man hier unten sieht, ist ja keine Pyramide, keine kleine Pyramide, sondern ein Pyramidenstumpf. Eine abgeschnittene Pyramide. Und das, was hier fertig gebaut ist, ist nicht ähnlich zur Gesamtpyramide. Was aber ähnlich ist, ist die kleine Luftpyramide hier oben, die noch fehlt. Die ist ähnlich zur Gesamtpyramide. Also ist der Streckfaktor der Längen zwei Drittel. Genau, also, wir wissen, der Streckfaktor K der Kleinpyramide ist zwei Drittel. Also zwei Drittel der Höhe werden noch gebaut. Wie viel Volumen wird noch gebaut? Zwei Drittel hoch drei des Gesamtvolumens. Und das ist? Ja, genau. Ich schreibe es nochmal ausführlich an. Zwei hoch drei durch drei hoch drei. Ja, Potenzgesetze anwenden. Acht siebenundzwanzigstel. Genau, acht siebenundzwanzigstel. Das heißt, im Umkehrschluss, wie viel ist schon fertig gebaut vom Volumen? Stopp. Genau. Fertig gebaut sind 19 Siebenundzwanzigstel. Ja, also, es fehlen noch acht Siebenundzwanzigstel vom Volumen. 19 Siebenundzwanzigstel sind fertig gebaut. Ich schreibe das mal ausführlich hin. 19 Siebenundzwanzigstel des Gesamtvolumens sind fertig gebaut. Achso, man muss natürlich sagen, die Zeit, die man zum Bauen braucht, ist proportional zum Volumen, das man gebaut hat, weil es aufwendig ist, natürlich die Steine hinschleppen und die Steine da hinsetzen. Also, je mehr Steine ich brauche und unten brauche ich ganz viele Steine, da brauche ich ganz viel Zeit. Also, ich habe sozusagen in den vierzehn Jahren schon 19 Siebenundzwanzigstel des Volumens fertig gebaut und es fehlen noch acht Siebenundzwanzigstel des Volumens, also die Steine, die ich da hinschnitten muss. Okay. Also, 19 Siebenundzwanzigstel des Volumens sind fertig gebaut. Was machen wir jetzt? Wir wollen ja wissen, was ist nochmal die Frage? Wir wollen wissen, wie lange dauert es noch, um die Pyramide fertigzustellen? Ja. Wie kann man das einfachen Pyramid haben? Haben wir gesagt, hier würden die neue, also die Leute, aber das war das, dass wir natürlich den ganzen Bauzeit haben. Moment. Genau. Ich schreibe hier mal hin. Volumenanteil. und Bauzeit, sehr schön. Und ihr macht einen Dreisatz. Also, 19 Siebenundzwanzigstel des Volumens habe ich 14 Jahre gebraucht. 1 Siebenundzwanzigstel, wie lange brauche ich, um 1 Siebenundzwanzigstel der Pyramide zu bauen? Also, wir haben 19 Siebenundzwanzigstel. Wir wollen wissen, wie lange brauche ich für 8 Siebenundzwanzigstel. Ich weiß, wie lange brauche ich für 19 Siebenundzwanzigstel. Ich will wissen, wie lange brauche ich für 8 Siebenundzwanzigstel. Also, wir werden doch geschickt, erst mal zu wissen, wie lange brauche ich für 1 Siebenundzwanzigstel. Ja? Für 1 Siebenundzwanzigstel, wie komme ich da hin? Von 19 Siebenundzwanzigstel auf 1 Siebenundzwanzigstel? Also, erst mal durch 19, ne? 14 durch 19. Ich schreibe mal hier 14 Neunzehntel hin, okay? Wir können ja mit dem Bruch weiterrechnen. Ja, und dann, wo will ich hin? Okay, langsam, nicht ganz so schnell. Also, wir wollen jetzt so 8 Siebenundzwanzigstel, weil wir haben ja 8 Siebenundzwanzigstel Volumen noch fertig zu bauen. Mal 8. Und dann steht hier 14 mal 8 durch 19. Was ist 14 mal 8? 112, genau. 10 mal 8 ist 80, 4 mal 8 ist 32, addiert 112. Nicht vergessen, Kopfrechnen müsst ihr üben, weil ihr es vergessen habt. 112, neunzehntel und 112, neunzehntel ist ungefähr, was habt ihr rausgekriegt? Ja, komm, 6, genau, fertig. Ungefähr 6 Jahre brauchen wir noch. Okay, man kann auch in Prozent umrechnen oder mit Prozenten rechnen. Ja, du, ja, ja, klar, wir haben bei all diesen Anwendungsaufgaben muss man jetzt nicht versuchen, möglichst präzise zu rechnen. Denn Mini-Fehler wirken sich ohnehin erheblich aus. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt irgendwie ein paar Ägypter krank werden, dann dauert es halt ein paar Tage länger oder so, ja. Oder, keine Ahnung, der Pharao sagt, wir haben keine Feiertage mehr, jetzt müssen wir alle durcharbeiten im Jahr, dann dauert es kürzer. Naja, okay, also ungefähr 6 Jahre, meine Güte. Brauche da nicht so drängend zu sein. Ja. Also, die Pyramide wird in ungefähr 6 Jahren fertig sein. Wir werden ungefähr 20 Jahre gebraucht haben, um die Pyramide zu bauen. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist, das waren halt irgendwelche Zahlen, ne? Ja. 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 Wenn du das realistisch machen und dann sich von den konkreten Werten lösen und das sind ja eigentlich gar keine nötig gewesen, ja. Wenn du konkrete Werten hier verwendest, dann ist man schon eher geneigt, oh, ich nehme mal die Volumenformel von den Pyramiden und rechne mal das Volumen jeweils aus und schon bist du in dieser Volumenformel-Geschichte drin. Was viel zu kompliziert ist, wenn du einfach nur mit k und k hoch 3 rechnest, ist es einfacher. Kannst du natürlich machen, aber du musst dich dann nochmal lösen davon und eigentlich die Aufgabe nochmal durchrechnen, ohne dich auf konkrete Werte zu beschränken. Und die Aufgaben sind wirklich in der Regel so, dass man halt sich überlegen muss, was ist k, was suche ich, ich suche k Quadrat oder k hoch 3 und fertig. Okay, ja. Ja. Natürlich sind, natürlich ist so, dass jeder richtige Lösungsweg okay ist in der Prüfung und auch volle Punktzahl gibt. Ja, also ihr seid nicht festgelegt auf einen Lösungsweg, es sei denn, ich schreibe ihn in der Aufgabe vor. So ähnlich wie beim größten gemeinsamen Teiler. Wie gesagt, bestimme den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen. Da kannst du den Lösungsweg nehmen, wie du willst. Der kann länger sein oder kürzer sein. Egal, wenn du einen richtigen Weg wählst, kriegst du die volle Punktzahl. Ungünstig für dich nur, wenn du einen längeren Weg gewählt hast, weil du dadurch Zeit verlierst. So. Wenn ich aber sage, bestimme den GGT von den beiden Zahlen mit dem euklidischen Algorithmus, dann bist du nicht mehr frei. Dann musst du einen euklidischen Algorithmus nehmen. Wenn du dann einen anderen Lösungsweg nimmst, kriegst du natürlich keine Punkte. Oder weniger oder so. Genau. Dann musst du einen anderen Lösungsweg nehmen. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Dann musst du dich nicht mehr so weit weg. Vielen Dank.